So meine Lieben, da sind wir wieder. Nächste Runde Days mit dem Toxi. Heute sind wir halt einfach irgendwie die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Der Toxi haben wir da rum. Ich habe mich hier ergeben. Moment, warte mal. Ja, durch das Berg hochlaufen. Ich bin nicht ganz schön in den Schwitzen gekommen. Man riecht. Man sieht es glaube ich auch. Also jetzt hier so nicht. Aber naja. Wo gehen wir denn jetzt hin, Toxi? Ich ergebe mich immer noch. Hallo, nimm mal die Hände runter jetzt. Jetzt hast du sie oben. Jetzt hast du sie wieder unten. Jetzt hast du sie wieder oben. Also laut Schal... Ah, jetzt hat er sie unten. Oh, jetzt wird er schon boxen. Hast du das gesehen? So. Ähm. Ja, jetzt stehen wir hier oben auf dem Berg und wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. Wir haben übrigens eben festgestellt, ob er... Ich nehme mal eben den Schaldenpark runter. Also wenn wir den jetzt runternehmen. Und schießen. Oder... Oder... Wenn wir den Schalldämpfer jetzt draufpacken. Das macht keinen Unterschied. Also Toxi selber könnte das vielleicht auch nochmal demonstrieren. Dann könnte er das selber nochmal sehen. Ich habe gar keinen Schalldämpfer drauf. Warte, ich will den hier geben. So. Äh... Ergib dich mal eben. Aber den kann ich glaube ich in dein Inventar. So. Jetzt muss ich glaube ich hinter dich oder so. Nee, doch nicht. Doch, nicht. Schade. Dann lege ich den jetzt einfach hier vorne hin. So. Ja, muss ich den haben. Toll. Dann machen wir den mal drauf. Das war jetzt mit. Schalldämpfer. Das war ohne. Also das ist beides gleich. Momentan halt echt noch sinnfrei, sich einen Schalldämpfer mitzunehmen. Was man hat, hat man. Richtig. Jetzt hast du einen. Liegt wieder da. Oh, wolltest du mir den wiedergeben? Aber das finde ich süß. Danke. Dann bastle ich mir den direkt wieder dran. Das sieht halt einfach toll aus. Übrigens hier, wenn ihr so ein Zweiwei mit euch rumschleppt, das hat auch der Toxie irgendwo gelesen und rausgefunden. Um den ausklappen zu können, müsste es echt sein, dass wir in den Inventar gehen und dann Deployed drücken. Und schon ist er ausgeklappt. Sieht man das im Schatten irgendwie, wenn man den... Nein, guck doch bei mir. Ach stimmt, du hast ja... Ja, so. Dann ist er dann halt ausgeklappt. Bringen natürlich im Stand nicht viel, aber im Liegen sind dann halt ein bisschen ruhiger. Dann halt hier hinlegen so. Ich habe da aber auch keinen großen Unterschied gemerkt bisher, ne? Nee, nicht so. Also nur wenn du mit dem Dings zielst, dann ja. Dann hält er dich wirklich sehr, sehr ruhig. Und wenn ich jetzt einfahre... Merkst du keinen Unterschied? Stimmt, bleibt auch so. Das ist doch echt jetzt hier. Das ist ja wohl albern. Ja, da unten ist eine Tankstelle. Ja, da unten ist eine Tankstelle. Ich weiß, was du wieder vorhast. Hatten wir heute schon mal gemacht, oder? Ja. Allerdings nicht im Let's Play. Also zur Info, du hast glaube ich die Waffe noch in der anderen. Ja, ich will aber auch nicht so schnell runterrollen, weil... Das sagst du, ja toll, außen an sich geht er nicht. Du weißt ja, was passiert. Ich wollte mich gerade hinlegen und dann rollen, aber ich kriege keine außen an sich, das ist schade. Krieg da aber Speed drauf, mein Lieber. Warte, pass auf, ich lege mich mal hin. Jetzt rollen... So, also wenn den Leuten jetzt schwindelig wird, ich kann da nichts für. Bergab kriegt der aber Speed drauf. Also sieht geil aus. Boah, wir sind ja echt schlecht. Stimmt, mach den jetzt bergab langsamer. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er da Angst hinzufallen oder so. Ist dir übrigens schon mal aufgefallen, Foxy, dass die Wurzeln leben? Das hatte ich glaube ich in irgendeinem letzten Jahr auch schon gesagt. Was, die leben? Ja, die bewegen sich. Hä? Ja, die, wenn die Bäume sich bewegen, also so vom Wind, dann bewegen sich die Wurzeln auch. Stimmt. Fände ich eigentlich lustig. Egal, ab zur Tankstelle. Aber da gibt es dieses lustige Video, da sind noch zwei so Helden, die wollten die Zapfhähne so bearbeiten, dass sie sie nicht mehr benutzen müssen, sondern dass es einfach so läuft. Und, ja, was passiert, macht Krabum. Wie es Krabum gemacht hat, das wollen wir jetzt auch mal eben hier einmal demonstrieren. Das ist zwar noch nicht so spektakulär, die Explosion, aber da passiert dann was Interessantes. Weil eines muss man den ja lassen, hier bei Daze. Die Bauarbeiter sind extrem schnell. Was, Bauarbeiter? Achso. Ja. Also man wird es ja gleich sehen, ne? Ja. Ja. Ich glaube, dafür nehme ich mal das Visier runter. Warum? Dann sieht man das besser. So. Ich weiß halt noch nicht, wie es da mit den Zielen ist. Werde ich gleich sehen. Wo waren die Tankstelle jetzt? Äh, da. Links. Oder ist das doch, das müsste doch sein. Ach, da hinten, ja. Oh, ich habe ja nur Wasser hier stehen. Hey. Hast du eigentlich schon mal probiert, aus dem Haus rauszuschießen? Ja, funktioniert. Auch durch die Wand? Äh, habe ich nie ausprobiert. Warte, du stellst dich gleich ins Gebäude, ich stehe draußen, ich schieße. Mh. Mh. So, das heißt, du bist nicht experimentierfreudig, oder wie? Was das angeht, nein. Ach, Mann. Was sind das eigentlich für Dinger? Was für Dinger? Diese Tipi-Dinger, oder was soll man das denn? Da wächst kein Gemüse und nichts dran. Da fällt mir gerade ein, apropos Gemüse, dieses komische Obst, das hier schon mal rumsteht, das muss man echt jemanden abkennen, denn das wäre cool. Das stimmt. Warum steppst du nur eine Box mit dir rum? Weil ich gerade einen Dosenöffner rausholen. Ah, sehr geil. So. Reicht die Entfernung? Keine Ahnung. Wird wohl, oder? Ich gehe trotzdem noch ein paar Schritte zurück. Vertrau dem Schloß nicht. Oh. Oh. Oh, ich bin so gesehen. Yay. Das war doch gut. Wie ihr seht, da kommt das. Fehler, Pedro. Oh, man. Der fühlt sich hungrig. Das war ihm zu viel Action. ich glaube es geht nicht noch mal so probiert das jetzt noch im magazin nein das funktioniert kein zweites mal hat er das ganze magazin oder zwei waren es wohl aber ich hole mir mal eben munition raus aber die fehlermeldung war interessant also ich finde cool vor allem das gebäude steht sofort wieder da wie weiß ich nicht 1a was da hinten mit diesen gas dingern oder tanks oder so keine ahnung ich habe ein bisschen munition dabei ein bisschen das ist schon leer aber das ist gerade echt interessant auch so was die knarre nicht in der hand sondern aber der ist geplatzt wer ist geplatzt? der typ ja ja ich habe nichts drauf gehört zu schießen da kommt noch was hinter dir hinter dir hinter dir ah ein zombie aber der steht da da fällt er um der zombie aber du hast deine bumme nicht in der hand also beziehungsweise ich sehe dass du die noch auf die schulter hast und wenn du schießt dann sehe ich sieht aus als würdest du dich verbinden total geil so äh wollte meine munition jetzt wieder aufpacken ja der server ist leicht buggy ich kann da unten was reinziehen das dauert auch bis es da unten erscheint meine beiden sind auch leer also müsste ich die auch mal eben wechseln meine beiden? ich habe ja sechs stück sechs magazine schleppst du mit dir rum? ja warum willst du so viele? naja hast du auch gesehen warum? brauchst du noch munition oder hast du noch? ich habe noch genug soooo soooo wie geht's was? den einschuss? den einschuss? was? wo ist denn der typ jetzt denn hier? der ist die straße lang geschlittert da vorne ist der ganz da vorne ist der der lebt noch der lebt nicht der lebt noch nein oh hundbeel ach nein der lebt nämlich ich muss mal ganz schnell eben gucken Moment ich bin gleich wieder da kind ist nach hause gekommen und deswegen wird er uns dann durchdrehen wieder mitten im let's play so warum was macht der typ hier? wie was macht der typ hier? die frage ist eher warum läuft er mehr in die schussbahn? ich weiß es nicht wieso hat er nicht angehalten? der hätte uns jetzt auch beide k.o. schlagen können nein hätte er ja schon wir hätten ja nicht drauf geachtet oder hast du den direkt gesehen? ne aber ich sehe gerade der ist gerade am rasen mähen ja siehst du das? also ich an seiner Stelle wäre nicht da zwischendurch gerannt ja eigentlich nicht das stimmt schon aber ich habe in dem Moment kurz aufgehört zu schießen ja ich auch das sieht so geil das sieht so geil das sieht aus als würde er hier rasen total geil alles glatt ich bin oben auf dem Berg wo hä? ich bin hier oben da ganz oben von da aus siehst du das das ist der Rasenmäht ja wie geil rangezoomt voll die Schneise hier und der schneidet alles weiter ja so das sind eigentlich coole Bugs oder? naja wenn du einen plündern willst nicht ich konnte ihm nicht mehr die Hose ausziehen ich wollte ihm gar nur so die Hose ausziehen und gucken ob er dann weiter slidet aber irgendwie funktioniert das nicht aber gucken ob ich die Batterie vernommen kann warte mal wo ist mein Defibrillator hin? na da ey doch einzeln kann ich dem Sack mobsen warum können wir ihm dann nicht die Hose ausziehen oder so funktioniert nicht schade ok so bist du jetzt da oben noch an der Hecke oder was? ja ja ich bin da oben meiner hat schon wieder Hunger was war das? Hund und Katze ah Katze hat äh nein Hund hat Katze gejagt weil Katze wieder schnell wurde und Katze macht wieder Scheiße und Kind sagt natürlich der Hund war es Hund sagt das Kind war es äh ich hab das nicht verstanden ich hab keine Kopfhörer auf der Hund sagt das Kind war es achso ja das stimmt wo bist denn du? ich bin gerade im Feldweg lang gelaufen aber kein Toxi da ahnt oh Salinebeck ruiniert was ist es kaputt gemacht? ich weiß er hat es nicht anders da vergeht du weißt auch was für ein Server wir waren wohl ja warum er warum rennt der auch durch die Schussbahn? ja gut ja jeder vernünftige Mensch wäre doch jetzt außen rum gerannt gut eigentlich schon das stimmt also ich für meinen Teil wäre da so vorsichtig gewesen und wäre außen rum ich hätte es eigentlich auch gemacht ja weil ich hätte keinen Bock gehabt von vorne anzufangen ja gut wenn er viel gesammelt hat dann und nicht vielleicht kommt er gleich wieder deswegen liege ich ja jetzt hier oben ich sehe dich nicht liegst du mitten im Gras oder was? ja ja ein neues Spiel verstecken und suchen also ich kann hier echt alles abklappern du hast mich bestimmt die ganze Zeit im Visier durchsackt nein 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 nee ich weiß ja nicht mal wo du bist äh oben auf dem Feldweg da rennt er er rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt wenn er wieder zurück anscheinend nö seh ich dich nicht mehr sieh sie mich nicht mehr ne ich seh dich nicht mehr doch da ist er wieder hm da unten steht er bei dem Baum hat aber lang gedauert ja ich hab grad so ein bisschen nach links rüber geguckt ähm schiebt er mich wieder durch die Gegend hast du nicht anders verdient meinst du andere ist immer noch am sliden nö ne weiß man nicht dann ist er bestimmt schon in der Stadt drin ich weiß was auch gut wäre wenn man hier so einen Baum hochklettern könnte was willst du dann da oben? von da gucken siehst du mich? ne wie nö ne nein nein moment nein ich seh nix hier bin ich hab ich aber nicht gesehen in dem Bus schieß du mich gar nicht mehr wie ähm wenn ich jetzt drauf achte vielleicht aber sonst nicht ne aber so ein vorbeifahren würde ich da nichts sehen wenn du dich schnell mit der Maus bewegst bewegst erkennst du das sowieso nicht ah ne das stimmt wow hier aber hier solltest du mich nicht mehr sehen äh also ich stehe jetzt rechts definitiv ah ich seh deine Füße du läufst hier vorne da läuft da aber ansonsten siehst du ja nix ne da muss man schon sehr genau da muss man schon sehr genau auf den Boden achten dann siehst du die Füße von hier aus hast du halt einen Blick über die Straße das stimmt und wenn ein Hase vorbeikommt Hase hab ich eben auch für den Hasen gehalten ja das hat man gesehen also Teicher er hat aber lang durchgehalten ich weiß ja nicht wie du drauf gezogen hast auf den ja einmal nach links gezogen auch nicht schlicht da kannst du aber auch echt weit gucken übrigens da ist ein Kafton nicht gespawnt vorhin hab ich mal gedacht in Elektro-City wie du das nennst ich meine das heißt weiß ich nicht das ist Elektro-City aber ich dachte erst ich wäre echt in Zellnagorsk oder so gespawnt und bin wirklich dann nach links gelaufen also ich möchte davon ausgehen wenn ihr sich die gleiche Richtung laufen mussten war dann ein wenig falsch Büssel Büssel und das da war hier so ein Krankenhaus oder was wo links wenn du nach links guckst mitten in die Stadt ja ja das ist das Krankenhaus neben links von dem Kran äh ach da links von dem Kran ins Krankenhaus eigentlich hat er noch ein bisschen dann siehst du auch da von dieser Fabrik die zwei Türme ja wenn du noch weiter links und dann noch ein Stück nach links da das Ding Moment noch ein Stück weiter links ja von den zwei äh Fabrikgebäuden nee keine da sind ja die Kräne und wenn du weiter an den links guckst ist das große Fabrikgebäude mit dem Turm dann kommt nochmal so ein etwas kleinere dann kommt nochmal ein Turm dann kommen nochmal zwei Silos genau zwei zwei Silos und davon dann noch ein bisschen weiter links das große Gebäude nee ist keine also dann keine Ahnung was das ist aber keine kein Krankenhaus ein Shoppingcenter auch nicht auch nicht oder was schießt du auf die Tanke von hier aus ist doch eher unwahrscheinlich alter Schwede das Ding verzieht sehr richtig jetzt habe ich getroffen was dann war ziemlich laut gerade ja ich habe da getroffen da hinten Moment liegen wir in der Wiese rum ey so hier sind wir noch nicht äh was war das dann was war das denn auf den du schießt genau in den Boden ja warum auch immer immer noch alter ich ziehe genau um die scheiß Zappsäule ey wie geil er liegt so auf dem Boden zieh mal noch höher Moment nee das ist jetzt schummeln ja ich muss mich wieder hinlegen Moment noch höher ja scheißegal einfach meine Luft rein jetzt immer Stück für Stück also ich ziehe jetzt schon weit über die du schießt alles im Boden rein ja ich ziehe hier jetzt ah den Boden ja die Höhe schießt die noch an den Boden muss hinterher mal angucken beim Let's Play gucken alter wie geil voll hoch oh da war eine Mücke eine Fliege ich glaube ich stinke wir sollten mal duschen gehen das ist jetzt wahrscheinlich Kilometer weit ja ne ja ne also wenn dann wieder hier einer lange rennen wolle ist das selbst in Schuld wenn uns einer jagt wie war das da oh meinst du denkst du denkst du mir oh meinst du einer macht jagt auf uns weiss man nicht was ist schon wieder versteckt im Gebüsch ja ich hab jetzt Angst ehrlich ne mal hab und gut Aktion abbrechen was für eine Aktion bei mir stand gerade Aktion abbrechen hast du wieder vorgehabt gar nix ich hab mich jetzt im Busch gesetzt guck mal links von dir da müsste ich eigentlich sitzen ich lausche jetzt ich stehe nur grün äh da um irgendwas in Hand zu nehmen da steht der extra für auf wie geil ist das denn da bist du ja man ich hatte mich jetzt gerade eigentlich hier so pass auf auf hingesetzt äh nochmal einen Schritt zurück so und so hab ich mich hingesetzt hast du irgendwas zum nachladen? da fällt mir gar ein das können wir auch mal eben schnell machen und zwar wenn man jetzt sich hinsetzt kannst du mich mal eben hinsetzen? ja kann ich Moment ich muss mal gucken wo du jetzt da F3 so und jetzt dreh dich mal schneller ja das macht die Maus wie geil jetzt bin ich wieder aufgestanden aber das ist nur Maus wie süß du drehst dich eigentlich um irgendeine Axte also der Fuß der linke der ist so quasi der Punkt um den ich dich drehe ne auch nicht das sieht aus ey total bescheuert genauso wie dieses Wiggle wio 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 da 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 normalerweise müsste ich mal Mucke dabei anmachen warte mal kann man ja nicht jetzt einfach so ein bisschen YouTube drauf machen weiß ich nicht ich guck jetzt was bewegt sich hier ich nicht das ist wenn ich hier durch den Busch renne äh Verlauf 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 wo ist sie denn hin wo ist sie hin ey die hätte doch in dem Verlauf sein müssen ich glaub die hätte ich früher mal bei Facebook gepostet oder so verdammt da ist sie doch da ist sie doch Claudia Gavlas so wieder Musik für die Leute ha 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 oh geil halber da rein also ah mal da setzt sich erstmal ich stehe um ha 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 Ja, so, das hat ein bisschen. Ich verstehe dich kaum mehr. Warum? Weiß ich nicht. Weißt du mich nicht mehr? Du kackst leicht ab. Ein bisschen wohl. Ja, ich hätte auch die Musik ziemlich laut. So. Ich beschwinde sich hinterher über die scheiß Musik in diesem Let's Play. Oh nein. So, jetzt wieder zurück nach den Days. Die haben gleich, wenn wir das nachher gucken, so ein schönes Schließen, so ein Menübild da, weißt du? Ja. So. Ich denke, wir machen das Let's Play jetzt auch wieder erstmal zu Ende. Und gucken mal, was wir endlich für eine neue Scheiße bauen. Müssten wir wieder ein paar mehr hier dabei sein. So eine Flo und so, die fehlen irgendwie. Dezent. Klump, der wollte doch auch dann irgendwie mitmachen, oder was, ne? Jo. Ja. Wir müssen auch gucken, dass wir alle mal wieder zusammenkriegen. Alle Mann mal. Dann mal als Trüppchen durch die Gegend reisen. Das macht Sinn. Voll. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sterni. Ciao, ciao. Ciao.